unser produkt ist super einfach es ist ein handgetragenes messgerät welches mit nur einem knopfdruck in zwei sekunden die daten eines gesamten rahmes erfasst diese daten werden automatisch und drahtlos in unserer cloud gesendet dort werden sie von unseren algorithmen automatisiert verarbeitet und den kundinnen und kunden wieder zur verfügung gestellt dabei können diese zum beispiel grundrisse 3d gebäudemodelle 3d visualisierungen wärmebildanalysen oder digitale raumbücher auswählen wir wollen substanziell dazu beitragen gebäudebesitzerinnen gebäudebesitzer weltweit zu ermächtigen ihren bestand zu digitalisieren und damit die grundlage für energieeffiziente sanierungen und optimiertes management von bestandsimmobilien zu schaffen wir beginnen dies jetzt mit großen geschäftskunden in deutschland und werden in fünf jahren rund um den globus vertreten sein sogar für eigenheimbesitzerinnen und besitzer wir sind seit zwei jahren im kontakt mit der nrw bank timon gottschalk und seine kollegen vom venture center haben uns bei der investmentplanung unterstützt und dann auf die business angel roadshow mitgenommen bei der wir zwei investoren gewinnen konnten das investment dieser business angel hat dann die nrw bank über ihr programm seedcap gespiegelt zudem haben wir im rahmen der unterstützung während der coronapandemie noch ein start-up akut wandeltalien mit der nrw bank abgeschlossen